Hallo zusammen. Heute möchte ich noch etwas über... ... ... ... Hallo zusammen. Heute möchte ich noch etwas über... Lass es laufen! Nein! Dann Lukas 5... ... ...8... ... Hallo zusammen. Heute ist es wirklich sehr speziell. Wir versuchen zum vierten, fünften Mal ein Take zu machen. Von einem Input, den ich machen möchte. Es ist relativ lustig. Einmal läuft es rein. Einmal rufen das Telefon, das nicht rufen soll. Ein anderes Mal fängt er hinter der Kamera an und lacht. Aber es ist auch gut. So ist Gott. Er hat es wirklich gut mit uns. Er hat so Freude an uns. Und er darf so mal schief gehen. Vielleicht geht es in deinem Leben momentan schief. Einiges ist nicht in Ordnung. Oder du hast Probleme. Oder so. Bring deine Sachen vor Gott. Schau, ich fange jetzt zum fünften Mal an. Und Gott wird dir auch fünfmal eine Chance geben für etwas Neues. Und... Dank dem, dass das jetzt passiert ist, habe ich gerade etwas umgestellt. Das macht gar nichts. Weil ich glaube wirklich, dass heute daran ist, dass du Dinge, die du vielleicht zum x-ten Mal reingegangen bist, einfach vor Gott bringen kannst. Und er macht so etwas Perfektes daraus. Glaubt mir es. Das war es. Das war es. Ja, 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 ja